und damit herzlich zurück zu herzlich zurück herzlich willkommen zurück leute zu battlefield heroes wir haben jetzt mittlerweile schon 10 uhr und dementsprechend sieht es hier auch aus obwohl es geht eben war es schlimmer ich meinte von den Bäschen also hier vor die Runde da kam ich ein bisschen rein und war nicht so der Knaller also wir haben nicht unbedingt gerockt ja ich glaube wir haben sie ziemlich deutlich verloren die Runde ach gucken wir einfach mal lassen wir uns noch überraschen was die Runde hier bringt super wenn man ganz hier unten rausgeschlossen wird wie bescheuert das ist immer Wahnsinn wenn es läuft, läuft es ne dann läuft es, wenn es läuft das wie jetzt das so ein Radius das scheiß Fass das ist ja Wahnsinn das ist ja unglaublich Leute ja, wo ist der Alp was ist denn hier los ey wie jetzt das hört mal an hier XLVI kriegst du ja nur aufs Maul ey mein Fass oh das reicht ey also irgendwie ist das hier Leute was ist denn hier Läuft ne? 2.5 Leute. 2.6. General C. Ich hab keine Ahnung wo ich hier gelandet bin. Jetzt mal ehrlich, das hier ist schon ein bisschen... Also ich hier mit meinem Level 19er bin ich hier aber... ganz eindeutig. Im Hintertreffen... Da hab ich nicht wirklich Chancen. Ja. 2.6. Richtig gut. Das ist dann der erste General C. Guck mal. Das ist ja gerade ein bisschen. Ja. Hier macht Spaß. Hier macht Freude und Spaß. Was soll ich sagen? Wie ist das für ne Truppenfalle? Ja. Der wird doch schon wieder gemarkt. Gönnt sich ja sonst nichts. Nein, wir kriegen mal so zwei Runden, ne? Können wir so hin. Hat der was? Ja. Da haben wir direkt mal eine Runde dran. Was so Spaß macht. Ist die Scheiße wenn du... Abends um 10 Uhr noch ein paar Runden aufnimmst. 10 nach 10 haben wir jetzt mittlerweile... Nö ne? Da läuft es nicht mehr so wirklich. Da sind nur noch die Pros auf dem Servern unterwegs. Da kriegst du nur noch ins Gesicht. So, die Runde machen wir noch mit. Lass uns mal schön ins Gesicht. Geben. Abstand hier echt der niedrigste Level. Jetzt mal ohne Scheiß. Wo sind sie denn schon wieder? Ja. Ich mach jetzt so einfach nur noch... Solid. Ich bleib hierher und mach nur noch jeder. Na? Hm? Hm. Wo ist denn der hin? Frag ich mich. Nein, 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 ein Kill. Die Jürgen IT. Macht Spaß. Das ist wieder super. XL hat der. Ah, herrlich. Ich bin weg. Ja. Wie kann ich das denn bei dem? Hä? Sag mal. Sind die hier hinten nicht, äh... Werden die nicht angezählt hier hinten? Genau. Gib mir mal 50 Punkte hier. Wie kommt der denn da hinten hin? Wie kommt der denn da hinten hin? Das war mal gut. Jetzt werde ich gehandelt. Vom Dark Marker. Pass auf. Hm. Das hab ich mir genau so gedacht. Dass das jetzt schon losgeht. Ja, super. Jetzt kommen noch zwei Abonnenten. Anstatt mir mal zu helfen, kommen die jetzt auch noch bei denen. Ohohoho. Tja. Jetzt brauchen wir mal die ganzen Truppen fallen da unten. Und zwar hat der keinen Wert hier. Das ist aber einer von uns jetzt. Hm. Na gut, das hat er, das war das von eben. Das hat er nicht auf sich sitzen lassen, ne? Gott. WTF. Was schmeißt du mich denn hier raus? Dann kommst du nicht wieder hoch? Oh Gott. Na immerhin. Na ja. Da. 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 Was? Leute, das ist aber irgendwie... Ich fühle mich leicht verarscht. Boah, wird sich da hier... Der Spawnpunkt ist ja mein allerletzter. Ohne Scheiß. Ich habe dich gesehen. Ja, ich kann trotzdem nichts machen, weil ich von allen Seiten auf die Sicht liege. Leck mich am Arsch. So, damit die auf dem Scheiß wissen. Guck dir die Scheiße an. Gut, Leute. Ich wechsle jetzt nur, aber nehmt nur noch eine auf, aber nicht mehr hier drin. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.